Mein erstes Video, sehr unspektakulär. Ja, aufstehen und so eine Messie-Wohnung. Aber ich glaube, jede Mutter kennt das. Hier geht es natürlich schön weiter. Ich mache mich dann mal an die Arbeit. Okay, Planänderung. Okay, ich muss schnell los, um Brötchen zu kaufen. Brötchen sind gekauft, Küche noch immer Katastrophe. Ich fange jetzt an, erst mal die Küche aufzuräumen. Und da jetzt mal die Küche mit einem Geruch. Ich spüre mich an, erst mal die Küche mit dir aus. Und dann einfach mal die Küche mit einem Geruch. ICómo ihr schon aufhören? OK! Ich mache es Video, also bei der Küche, auch einen Geruch. Ich mache esifer, aber das ist gut. Ich mache es für euch, ich mache es, ich mache es für euch. Ich mache es für ihr euch. Das war's für heute. Für Baby gibt es jetzt Kürbisbrei, muss ich noch aufwärmen, auf jeden Fall baden, weil nach dem Brei macht sie sich immer sehr, sehr dreckig. Das ist jetzt übrig geblieben. Sie hat echt gut gegessen heute. Ja, bravo Baby. Brava Baby. Ja, bravo 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 Baby.